Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum 24.05. Wir sind jetzt drei Tage in Folge in der Widder-Mondenergie, wo Marsi Mars in morgen auch reinziehen wird. Und parallel dazu zieht dann Samstag die Venus da raus. Venus war ja jetzt die ganze Zeit im Widder. Das hatte ich euch ja als Extra-Orakel auf Dreier-Konstellationen gelegt. Und ja, Venus bekommt jetzt Kraft hier. Die Kraft im Wurzelschakra, das Veränderung dementsprechend umzusetzen. Das hatten wir in den großen Orakeln, die globale Wurzelschakra-Bereinigung. Und das ist jetzt sozusagen das finale Ende, bevor es dann im Juni sich diese Kraft, die Energie, die ins Wurzelschakra reingegeben wird, entfaltet, der Wendepunkt kommt und so weiter und so fort. Das heißt, Venus kriegt jetzt, wenn sie dann Samstag in den Stier zieht, die entsprechenden Hörner dafür aufgesetzt. Okay, gut. Und noch ist es so, dass es, wenn wir es jetzt auf die Kartendeutung beziehen, ist das launisch, innerlich zerrissen. Das ist so dieses Rastlose. Ja, das treibt, das ist der Motor. Und das darf sich dann jetzt, wie gesagt, mit ganzer Kraft im Wurzelschakra entfalten. Wir gehen dann ja auch nächste Woche in den Neumond rein. Ja, also ab Montag. Dann bin ich auch sehr froh drüber, weil, also ich persönlich bin schon sehr gespannt, was ich da Neues zeigen möchte, ja, und was ich da entfalten und ausdehnen möchte. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir da für heute noch einen Impuls zubekommen können. Aber das könnt ihr jetzt an euch selbst beobachten, wie geklärt und gereinigt euer Wurzelschakra schon ist. Ob ihr da jetzt in diesen Energien so relativ entspannt seid. Das habe ich euch auch beim letzten Außenimpuls mit der Affirmation mitgegeben. Da habe ich euch die Affirmation genannt und habe gesagt, macht die mal ein paar Tage hintereinander. Gerne auch abends zum Einschlafen oder morgens den Tag mit diesen Affirmationen beginnen. Und dann gucken, was habt ihr für Widerstände, wenn ihr diese Affirmationen sprecht. Woher kommen die Widerstände? Aber das habe ich euch ja alles in dem Außenimpuls, sonst guckt euch den nochmal an, mitgegeben. Und ja, wenn ihr das alles schon geklärt und bereinigt habt und happy in love with, mit eurem Leben seid, dann seid ihr jetzt auf dem beobachtenden Posten und habt dann vielleicht heute Verständnis dafür, wenn die Damenwelt um euch herum ein wenig launisch ist oder ein wenig rastlos. Dann wisst ihr jetzt, warum das so ist. Dann ist das so, weil das Wurzelschakra sich ausdehnt, aufgeht, ausdehnt und dort Energie reingegeben wird für notwendige Veränderungen. Worum geht's hier? Um den Wunsch anzukommen, ne? Be at home. No. Ja. Genau. Zeit in die Tiefe abzutauchen. Da wird mir auch wieder direkt das Wurzelschakra gegeben, ja. Nach dem Wurzelschakra, wenn das auf ist, kann die Energie von oben, dann ist oben wie unten, ne, dann kann sie von oben durch euer Energiesystem durchfließen, ne, und euch irdisch für in eure Fülle führen, ne. Ja. Dann ist be at home, dann ist oben wie unten. Ja, jetzt bin ich schon wieder ein wenig schmalzig hin und weg, ja. Was kommt noch dazu? Was ist die hinzukommende Energie? Hier, dieses Bild alleine schon, ne, ich steh drauf. Ich liebe Schwäne, ja. Die hinzukommende Energie ist, ja, wenn ihr in euch zu Hause seid, in euch angekommen seid, ne. Aber wie gesagt, ihr wisst, ne, dafür sind dann immer gewisse Aufräumarbeiten, Veränderungen notwendig, ne. Aber dafür habe ich euch die Affirmation mitgegeben, ne, dass ihr guckt, wo noch, ja. Wenn ihr dann in euch angekommen seid, ja, dann seid ihr im authentischen Ich. Dann können Energien frei fließen, ja. Und dann, guckt, ist die hinzukommende Energie, ja, Schwäne. Ich soll mal den Text weglassen hier, ja, okay. Was sind denn Schwäne allgemein, ne? Schwäne sind eine der wenigen Tierarten, ja, die sich finden und dann für immer zusammenbleiben, ne. Ja, also das wird mir hier, die Überschrift von den beiden Karten ist auch so ein Lebensendpartner, ja. Ein Lebensendpartner, wie kann das funktionieren? Weil man in sich selbst angekommen ist und, ähm, dementsprechend, ne, seine Schattenthemen nicht getriggert bekommen muss, ne. Jemanden, so einen kleinen Narzissen an der Seite braucht, der einen so lange triggert, ja, bis man endlich in seinem eigenen Selbstwert angekommen ist, ja. Bis man für sich selbst definieren kann, ja. Ja, was sind eigentlich meine Werte, Ideale, ne, was sind meine Wünsche und Ziele und so weiter und so fort, ja. Also diesen, den schwarzen Schwan, ne, der da immer auf einen rumhackt, ne, bang, 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 bang. Oh Gott, oh Gott, ja. Ja, den braucht man halt nicht mehr, wenn man in sich angekommen ist, ja, weiß, wo man zu Hause ist, ja, in sich zu Hause ist, ne, sich für sich entdeckt und definiert hat. Dann kann man, ne, weil man nicht immer auf der Suche nach dem zu Hause ist, ja, und dementsprechend immer die verschiedenen Seelenpartner anzieht, dann kann man den haben, ne, den, dann kann man mit den Lebensendpartner zusammenkommen. Ja, und das gilt sicherlich nicht für alle, ja, ne, alle sind, aber jetzt ist es wieder so, dass wieder eine ganze, 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 ganze Menge davon zusammenfinden werden. Deswegen, ja, haben wir ja auch so lange über das gesprochen, was, äh, nicht zusammengehört und deshalb getrennt wird. Aber wir gucken mal rein, das, äh, können wir mit dem Lenno mal noch was drauf klären, aber das ist wunderschön, ne. Wunder, wunderschön. Wo man sich auch angekommen fühlt, ne. Mit dir fühle ich mich angekommen. Boah, ich bin Butter, Leute. Ja, schaut mal. Ja, schaut, was haben wir da, ne. Da haben wir den Zwilling. Und wann gehen wir in die Zwillingsmondenergie rein? Sonntag. Und wann sie, ähm, wann haben wir den Montag, äh, den, wann haben wir den Montag, wann haben wir den Neumond, die Eins, ja, mit Neuausrichtungen, neuen Aktivitäten und so weiter und so fort. Den haben wir Montag und da sind wir auch noch in der Zwillingsmondenergie drin. Ja, also würde ich zusammenfassend sagen, ja, die letzte Maiwoche jetzt, ne, die Woche, wo Venus noch im, in den Störchen ist, ne, im Widder ist, ist hier noch Aufräumarbeit angesagt. Wie gesagt, dafür habt ihr die Affirmationen gekommen, ja, guckt euch den Außenimpuls nochmal an. Und wenn man dann in sich angekommen ist, ja, der Energiefluss von oben freifließen kann, durchs Wurzelschakra durchfließen kann, Juni, ne, dann kommt der Wendepunkt. Man zieht den automatisch an, ne, dann haben wir hier sowieso für alle, ne, sowieso für alle eine neue Aktivität, ne, in Richtung Spiegelung. Entweder, ne, durch einen Lebensendpartner, weil man in sich angekommen ist, ne, dann braucht man keine Trigger- und Lernpartner mehr. Oder durch, da, ne, neue Spiegelpartner, die eben halt noch, ähm, das ein oder andere Thema, wo es dann auch hapert, ne, am Selbstwert, an der Selbstliebe, an zu viel Ängsten und, 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 ne. Oder, dann kommen halt die und triggern einen da noch weiter, bis man die entsprechenden Hürden nimmt oder man hat sie schon genommen. Und dann kommt auch diese gesetzte, in sich ruhende, in sich angekommene Spiegelfront auf einen zu. Ja. Also, diese Woche noch aufräumen, arbeiten und nächste Woche sollst du dann ruhen. Okay. Ja. Dann übernehmen hier die Schutzengel alles weitere, ne. Und schicken dir die entsprechenden Spiegelpartner, die du brauchst, ne. Oder mittlerweile haben kannst, in dein Reich galoppiert. Finde ich gut. Ja. Ja, schön. Sehr, sehr schön. Also, für viele vielleicht noch eine anstrengende Woche, aber Besserung ist in Sicht, würde ich sagen, ne. Kann ich euch ganz entspannt mit entlassen, ihr Hübschen. Dann, wer mag, bis morgen mit einem neuen Tagesimpuls. Bis dann. So, ha. Vielen Dank.